Hier ist keiner zu sehen, da ist keiner zu sehen, da hinten ist keiner zu sehen, okay, da sind zwei zu sehen und der eine steht direkt am Abgrund, ist klar. Macht man das so hier oder was? Ihr kennt euch nicht, ihr habt mich nicht gesehen. Wir hatten das andere nochmal vor, oh, oh. Pssst, schweig doch. Am besten schweigt man. Ja, ist das so schön? Reden ist selber, schweigen ist gold. Irgendwo ist jemand. Jeder sieht aus wie... Verdammt. Blöden Typen. Kann ich nicht blatt machen und einfach die Maschine holen? Das ist schwer daran. Mach ich das sonst auch? Ach, ich kann ja noch. Da muss ich kurz was testen. Leute, ich will mal ganz kurz was... Ach, hier habe ich gar keine Assassinen zur Verfügung. Okay. Ich guck mal, wenn ich die Assassinen rufe, die dann was machen können. Aber anscheinend kann ich die gar nicht rufen. Geh vorbei. Du bleibst hier. Du bleibst auch hier. Ich brauche mal ein bisschen Munition. Danke. Ich glaube, es gab sogar zwei. Hier wird es wohl lang gehen, wenn uns das so schön angeboten wird. Ja, sehr sogar. Sehr wahrscheinlich ist er aber mal nicht. Verdammt. Aber wo geht es jetzt lang? Wie auch immer du mich sehen kannst. Auch da, wo du bist. Ich habe den Fall schon erwischt. Okay, sind bald draufgegangen worden. Passt ja trotzdem. Es ist halt die Frage, ob ich von da aus weiterkomme. Kann ich mir vorstellen, ja? Bleib fliegen. Du auch? Ach und du auch. Du bleibst erstmal da. Verdammt, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder erwischt. Ich hieß da keiner, mit dem wir reden kannst, du Penner. Bist du hohl. Ich brauche kaum noch Munition. Das wird noch reichen. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alle. Ich habe mich alle entledigt. Ich glaube schon. Ich meine, es sind alle, die mich kritisch sehen könnten. Die andere Seite sind ja auch alle down. Außer der eine vielleicht. Gut. Dennoch nicht. Wer will ich dich denn von hier? Vermutlich nicht, ne? Kommst du mal näher? Und ist da überhaupt bei dir ein Banner oder sowas? Wahrscheinlich schon. Oder eine Kiste. Gut, du wirst mich schon nicht sehen, oder? Doch, du wirst mich wahrscheinlich sehen. Aber dann verfluche ich dich. Ja. Jetzt wirst du mich nicht mehr sehen. Ach, da muss ich auch gar nicht lang, aber trotzdem. Er hätte ja trotzdem mir auf die Nerven gehen können. Ein Umweg, um hier ran zu... Und ja, ich sehe die Kisten, das ist mir egal. Wir haben es geschafft. Passt schon. Wow. Der liegt aber gut. Und der gibt mir drei Anbrustbeutzen. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal... Fliegen wollen wir, ne? Fliegen wäre ganz schön. Fliegen wie die Fliegen. Fliegen, 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 dann... Nein, warte mal, wie geht das nochmal? Wenn fliegen, 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 dann Fliegen hinterher. Oder wie auch immer. Ich bin nur ein bisschen konzentrierter, Leute. Wer baut sowas, bitte schön. Wer baut sowas, bitte schön? Wie soll man denn bitte hier hochkommen? Kommt doch kein Mensch hoch. Warum steht denn da dann eine Leiter? Also 99% aller Mitarbeiter würden da wahrscheinlich nicht hochkommen. Zumindest nicht gesund. Und munter. Das ist doch eine Scheißkonstruktion, ehrlich gesagt. Anstatt eine vernünftige Treppe da wenigstens eine Leiter, eine richtige. Nee, man muss hier rumspringen. Für wofür auch immer. Und dann eine Fackel. Wer macht die Fackel denn dann dauernd an? Das geht ja nicht. Ach, hier. Höh, hä? Tschöö. Ja gut, dann, ne? Da funktioniert sie halt. Sie wollen noch mehr Waffen herstellen. Leonardo, du hilfst mir, sie aufzuhalten. Wie kann ich denn schießen? Ach so. Ob ich jetzt getroffen wäre, ist mir ehrlich gesagt. Egal, ob sie, wir schaffen das. Noch das nehme ich nicht. Einfach in der Welt. Hm. Ja, ich glaube, ich wurde getroffen. Und ich hoffe, ich stürze nicht ab. Ach, das gibt mir ja Auftrieb, ne? Ich hoffe, ich werde oben wieder synchronisiert. Das wäre alles andere wäre scheiße. Alles andere wäre richtig scheiße. Okay. Vamanos. Das war mal trafen. Wee! Ein bisschen Aufschwung erhalten gleich. Ja, ja, toll! Toll! Das hilft doch nicht. Ja, ich stell mich grad doof an, aber... Ja, das gehört halt im Leben dazu, meine Freunde nicht. Nicht wahr? Sehr schön. Komm schon. Warum wissen die eigentlich, dass ich feindlich... Okay, vielleicht angreife aber bevor die... Das gehört schon, wenn ich so nur zwei von vier... Heute als sonst. Gib mir Aufwinder! Ah, die Musik ist cool. Erinnert mich an irgendein Film. Das aber... Hat schon was davon. Ich hoffe, ich schaff das. Ich weiß, deswegen bin ich grad ein bisschen ruhiger. Sorry dafür. Aber da unten ist mein... Ich hab' das gerade ein bisschen geruggelt. Gerüggelchen. Noch eins kriegen wir hin. Nein, da wollen wir nicht rein. Komm schon. Komm schon. Geht doch. Bevor sie die festung erreichen. Okay. Wo sind denn die? Da. Ich muss schon ein bisschen mehr auf die Chance geben, sie zu erreichen. Sonst mach ich grad Selbstmode. Ich mein' das Feuer stört ja anscheinend nicht, ne? Na nö, stört ja nicht. Das sind feuerobuste Pferde. Ach, ich weiß, der weiß ich mal, das ist einfach neu. Klappt grad nicht. Oha! Doch, klappt! Zumindest das da. Hallo? Geht doch. Karren zerstört. Immer noch zwei oder was? Ach, das ist ne neue Karren. Okay. So weit wollte ich gar nicht drauf. Oh, hat doch geklappt. Wer richtet Cesare davon? Hat er grad'n... Typen getötet? Ich komm schon. Bleib doch mal stehen. Jürgen. Nein! Hey, ich hab' den doch noch. Hab' ich gehört. Hab' ich gehört. Das hab' ich gehört. Der war tot. Ja, das ist ne sehr lange Mission. schon. Schon in zwei Pfadze. Ja, gut. Ja, gut. Einfach, was ich meine. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Ne, das wird so nix. Da muss ich nochmal ran. Alle guten Dinge sind drei. Hab' ich das schon mal erwähnt? Gut. Mal fern drittes Mal. Ne, echt. Ich war da so gut dran. Mal verkack' ich so sehr. Mal wieder. Geht doch. Mal wieder. Ja, Leute. Eigentlich geschafft. Äh, jetzt haben wir eigentlich. Ja, das war's für diese Session, Leute. Bin mal wieder viel zu lang dran. Ich hab' ja gesagt, 20 Minuten pro Part. Kann auch mal mehr sein. Irgendwie zwischen 20 und 30. Aber aktuell eher 20. Äh, ich bedanke mich aber schon mal fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder dabei wird. Also morgen, glaub' ich. Vielleicht. Wer weiß das schon. Wenn heute Freitag ist, dann eher Montag. Ich weiß es nämlich nicht. Auf jeden Fall Montag bis Freitag eine Folge 20 bis 30 Minuten. Ah, da geht's noch weiter. Ah, da geht's noch weiter. Alter, sehr schön. Sehr schön. Gut, Leute. Die letzte Folge hat ein bisschen länger, Leute. Euch soll's ja nicht schaden. Oder insgesamt sind alle Folgen in der Session länger. Weil ich dann immer so schneide, dass es auch ein bisschen mehr aufgeteilt ist. Aber die letzte Folge meistens immer die längste dann von denen ist. Gut, Eierschaden soll's jetzt mal sein. Machen wir das jetzt noch gerade? Dann haben wir's nicht vergessen. Machen wir hier Beutel, aber brauchen wir nicht, ne? Doch, da. Die maximale Anzahl von Fallschirmen. Okay. Okay. Geschäftsaufträge, was hast du denn für einen? Ja, da fehlt noch zweimal Seite. Okay. Fallschirme. Ja. Ich hab's ja keine Ahnung, wie man die einsetzt, aber wir haben jetzt beim Sturz auf X drücken eine Fallschirme zu öffnen. Sehr schön. Sollen wir das nochmal gerade ausprobieren? Ne, hier ist gerade kein Turm in der Nähe. Gut, Leute. Das war's wieder. Okay. Das war's wieder für diese Session, Leute. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Und dafür seid wir nächstes Mal wieder dabei. Also, tschau.